Hallo und herzlich willkommen zu unserer Mini-Meditation. Heute geht es nochmal um das Thema Empfangen und zwar geht es darum, Komplimente zu bekommen. Hast du das schon oft erlebt, dass dir jemand ein Kompliment gemacht hat und du damit überhaupt nicht gut umgehen konntest? Statt es einfach mal stehen zu lassen, jemand hat dir was Nettes gesagt. Nein, stattdessen kommt gleich ein Aber und schon machst du dieses Kompliment auf irgendeine Art und Weise kaputt. Warum? Weil es dir schwerfällt, Komplimente anzunehmen. Aber warum darfst du dir kein Kompliment geben lassen? Wenn jemand zum Beispiel zu dir sagt, dass du eine schöne Frau bist oder dass du ein total netter Mensch bist, warum kannst du das nicht annehmen? Einfach mal stehen lassen und es in sich wirken lassen. Mal annehmen, ja, stimmt, ist so. Das üben wir jetzt und zwar in unserer 5-Minuten-Meditation. Setz dich dazu aufrecht hin. Die Schultern gehen locker nach hinten und nach unten. Lege deine Hände auf die Oberschenkel auf. Und dann schließe deine Augen. Atme entspannt ein und aus. Und dann stell dir geistig vor, wie dir jetzt Menschen Komplimente machen und beobachte, welche das sind und wie sie auf dich wirken. Beginne. Amen. 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 Vielen Dank. 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 Und ich hoffe, du konntest die auch annehmen für dich. Ja, lass es noch ein bisschen nachwirken. Und ansonsten wünsche ich dir einen sehr schönen Tag mit ganz vielen Komplimenten und beobachte mal in deinem Alltag, ob du diese Komplimenten für dich annehmen kannst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und... Und...